Ja, hallo zusammen und willkommen zu Let's Play God of War 3, heute am 19.11. um 7.48 Uhr am Morgen. Ja, äh, wo waren wir stehen geblieben? Gute Frage. Äh, ich weiß es, es ist wirklich ein Tag her und ich weiß es schon nicht mehr, wie geil ist das denn? Also wir sind ein bisschen mit den Harpien rumgeflogen, das weiß ich noch. Ich vermute mal, wir kamen von hier her. Äh, und ja, sind jetzt auf dem Weg Richtung... Irgendwohin, ja. Egal, wir werden es herausfinden. Unglaublich. Bis ich das am Tag einfach nicht mehr weiß. Man wird halt nicht jünger, ne? Und schon habe ich wieder richtig Bock. Die Mucke, ne? Und ja, die Titanen sind auf jeden Fall nur drauf und dran, den Olymp, ja, zu vernichten, oder versuchen zumindest. Aber es ist nicht Hermes, es ist Helios. Mein Fehler. Der hier gerade am Stiesel ist. Kaputt. Flumps. Glaube ich mir auch. So, also geht auf jeden Fall so weiter, wie wir aufgehört haben. Ab. Wie viel brauchen wir nochmal für das weitere Aufleveln der Waffe? Da war 2000 ein paar zerquetschte, glaube ich, ne? Fuck. Hab ich nicht gesehen. Obwohl, die so schön leuchten, wenn sie mich schlagen. Nehmen wir dich auch nochmal mit. Zack. Der braucht nichtmals mehr ins Gesicht. Schlagen! Hilfe! Uah! Ach, fuck. Kombu ist trotzdem weg. Egal, egal. Ich mach mich so platt. Frumps. Frumps. Oder zumindest sowas in der Art. Was zum Teufel? Uah! Was macht ihr denn jetzt hier für einen Scheiß? Das hat die Vorhaber noch nicht gemacht, die Penner. Wir gucken uns erstmal vielleicht um den kleinen Scheiß. Also sprich um die Fußsoldaten. Wow! So. Die drei sind schon mal weg. Also eigentlich bisher der zweite. Wobei die da hinten sind, glaube ich, wird gerade mehr als einer gestorben. Kann das sein? Oh-oh-oh. Kein Grund. Was? Ich hab nur gerade schon den Wurf gehabt. So, kleine Rade. Eins gegen eins. Das ist scheiße für dich, ne? Ach, easy pup easy. Das tut ich schauber. Der hält aber ganz gut was aus, ey. Da kann ich nichts gegen sagen. Aber irgendwie treffe ich den nicht. Kann das sein? Muss ich den irgendwie anderweitig kaputt machen? Uah. Hm. So, wollen wir dich erstmal platt? So, was ist los mit dir, Junge? Aber einfach abschießen, ne? Oh, jetzt treffe ich den doch wieder. Hey? Arschloch. Ah, jetzt ist er soweit. Okay. Ich möchte nicht auf die reiten. Nein, nein. Da hab ich keinen Bock drauf. Einfach nur töten. Nein, ich hab fast knapp gerückt, ich Idiot. Ah, wie schlecht von mir. Ich hab die heilbe Energie verloren? Alter Vater. Krass. Damit hab ich nicht gerechnet. So, jetzt aber. Der geht down, der geht down. Wollen wir grad sagen, im Hades haben wir auch schon ein paar von den... War das im Hades? Haben wir da gegen die Centauri gekämpft? Alter, der gibt ja voll viel. Ich muss mehr davon besiegen, auf jeden Fall. Wichtig. Den Kollegen kennen wir aber auch schon. Ich weiß nur nicht mehr, wer das war. Ich mein, haben wir im zweiten Teil gesehen, oder? Da tue ich mich da grad. Da ist Helios am Start. Ach so, wir können mal kurz gucken. Naja, vielleicht doch nicht nur 2000. So, es waren vielleicht doch 8000. Und das Level ab, was ich vermisst hab, das kam offensichtlich schon. So. What the fuck, okay. Danke für das Freimachen des Weges. Krieg ich da auch Orbs? Ja, krieg ich auch. Tut mir leid, ihr müsst leider alle sterben. Ich find das auch gut, dass die nicht an mir vorbeikommen. Weil wenn die ja auch, äh, ne, ich sag mal, gotteskonform gelebt haben, haben die aber nichts zu befürchten. Dann kommen die alle ins Illusion. Ah, guck mal. Stationäre Waffe. Ah, okay, das Feuer ist weg. Hey, ich will dir nix. Doch, eigentlich will ich hier schon was tun. Tut mir leid. Ist das ein dickes Ding, was ich jetzt schieße? Oh, die Schlange. Wie geil ist das denn? Okay. Die Chimära ist das, glaube ich, ne? Ich fand aber grad, von der Perspektive her, war das voll geil gemacht. Ich muss mal ein bisschen durchschauen, dann geh ich, ne? Ah, ich blocke mal zu früh. So, jetzt ist das gut, genau. Ey, hör auf damit. Ah, okay, nice. Das ist schon mal sehr viel wert. Das ist, glaube ich, irgendwie immer eine Mischung aus Schlange, Ziegenbock, so wie es aussieht, ne? Und, äh, Löwe. Ich meine, das war die Chimära. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, okay, das kann ich, glaube ich, nicht blocken. Okay. Nächste Stufe. Achso. Ich schneide dir jetzt wieder ein Stückchen Fleisch raus, oder was? Überhartes. Ah, ja. Wie, der ist noch nicht down. Ah, jetzt ist er auf allen Vieren. Ich hab mir jetzt seinen zweiten Kopf geklaut. Das hat nur seinen Ziegenbock-Kopf. Ich hab schon Agil, das Kackviech. Okay, man kann aber immer noch Feuer spüren. Uncool. Mann! Wo bist du? Da bist du. Was sagt das so? Mensch. Jetzt mach ich nicht tot. Jetzt gehst du down. Alter Vater. Einfach mal so'n Hohren rausreißen. Warum auch nicht, ne? Wenn ich schon mal hier bin. Aber merkst du, die geben ordentlich Punkte mittlerweile. Also mit Hohren natürlich auch's, die Gegner. Auch der hat jetzt einfach mal wieder 400 gegeben. Und jetzt darf ich aber, ne? Und. Pfff. Äh? Okay. Ach, soll ich Helios abknallen? Ah, verflucht. Scheiße. Krieg's hin. Warte. Warte. Warte, ist der Moment. Das kann doch nicht wahr sein. Naha, hängt. Also ich vermute, weil ich muss ihn abschießen, oder? Weil er die ganze Zeit nur im Kreis fährt, bis ich ihn treffe wahrscheinlich. So, ich will hier gar nichts tun. Ey, 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 ey. Ich hab dir geholfen, Kollege. Hallo. Also, mich kannst du bitte in Ruhe... Alter, vor der Brücke, ich geh mal lieber hier weg. Ach, du Scheiße. Ja, aber diese Größenverhältnisse, das ist einfach immer so geil bei Gott of War, echt. Ich kann mich auch noch an Helios sogar erinnern, zumindest an seinen... Ja, wenn wir den besiegen, sagen wir mal so, ne? Das ist auch nicht ganz, äh, ja, ganz harmlos. Ah, wie ging das denn auch? Scheiße. Äh, L2 gedrückt halten und... Okay, einmal aufscheuchen, ist klar. Wir werden es noch unter den Kreis... Ah, okay. Nein! Nein, 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 nein. Okay. Müssen wir noch ein bisschen üben. Komm her, du Sack. Äh, äh, äh. Was muss ich dann drücken? Ich bin mich sicher, muss ich X drücken oder... Ah, ich muss X drücken, alles klar, nicht Kreis. So, ob es auch alle auf dem Weg kaputt machen, das ist für mich das Wichtige. Warum kann ich denn da nicht schon einen Schlag machen? Ich bin doch ganz normal in der Luft. Was hat es als Animation angesehen? Das von der Harp hier... Loslassen! Krass, ich bin noch schneller als Kollege. So, komm's, schön... Ja! Was? Hallo? Pedder. Ich bin es hackt. Brums! Man geht down! Ich krieg auch... Brums! So. War's das? Ruhe. Jipp. Ah, zwei Türen, okay. Eine ist bestimmt ein Geheimnis, ich den mal... Achso, oder auch nicht. Äh... Boah, nehmen wir erstmal hier die... Das Cashler, ne, würde ich sagen. Bisschen Energie zurückgekommen. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Achso, ich hab, äh, übrigens jetzt ein bisschen die Lautstärke noch mal reguliert. Ich glaub zwar immer noch nicht, dass es passend ist. Ähm... Ich denk mal, ich werd vielleicht um das Rennen auch nicht drumherum kommen, weil... Ähm, ist der Game-Sound zu laut oder die Sequenzen zu leise? Also, ne, das ist von der Regulierung her ja auch nicht so ganz einfach. Das heißt, ich muss die wahrscheinlich sowieso immer nachbearbeiten. Oder halt während der Aufnahme die, äh, Aufnahmelautstärke hochsetzen. Äh, nee, das möchte ich nicht. Und ich hab das Gefühl gehabt, also ich hab jetzt ein bisschen gerendert, ich hab auch ein bisschen schon mal mir das angeguckt. Und ich bin mir nicht sicher, ob mein Rechner dazu in der Lage ist, bei dem allem, was hier bei God of War passiert, äh, mit 60 Frames auf Full HD aufzunehmen. Deswegen, ich hab jetzt heute mal die Quelle zumindest auf, äh, auf 720 hier runtergesetzt, ne, also vielleicht kann ich das dann irgendwie hochrendern. Ich weiß nicht, wie's dann aussieht, mal gucken. Aber Qualität ist jetzt eh nicht so meins. Äh, aber die, die FPS-Anzahl, die ist für mich immer wichtig. Und, ähm, ja, vielleicht ist auch alles gut mit der letzten Aufnahme gewesen. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Aber, äh... Ja. Das war ja ganz geil, oder? So. What the fuck? Na, vielleicht war's auch ganz gut, aber es wirkte auf mich jetzt zumindest erst mal so, als wäre es nicht irgendwie... Also, das sah irgendwie so ein bisschen... Es hat versucht, 60 Frames zu machen, aber es hat nicht funktioniert, ne? So sah das ein bisschen aus. Aber gut, wer hättet ihr denn ja gesehen haben in den letzten Videos. Also, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt absolute Grütze ist. Hoffe ich zumindest. Äh, meinen Maßstab sollte man da nicht anlegen. Ne, deswegen jetzt, äh, verringerte Auflösung. Und, äh, ja. Dafür aber hoffentlich eine höhere Performance. Mal sehen, wie es dann gleich aussieht. Eine Sekunde muss noch kurz... Hustenreiz kommt. Das ist der Vorteil, ich kann mich auf Stumm stellen. So, und schon ist die Stimme wieder sauber. So. Ne, weil sonst muss ich das nämlich immer rausschneiden und gucken in den Aufnahmen so von wegen... Ach, dringt dran, Dennis. Du hast dreimal gewusstet. Das muss raus. Weil ich kämpfe immer noch hier ein bisschen mit meiner Erkältung. Besser gesagt, eher mit den Nachwehen. Weil, ganz komisch, normalerweise, wenn ich krank bin, ne, bin ich krank. Und, äh, ja, dann läuft das eigentlich immer relativ schnell, ne? So, während ich krank bin, wusste ich halt auch schon ab wie ein Verrückter. Aber ich hatte diesmal einfach nur so ein... Ich hatte zwar wussten, aber ich hab halt nichts abgewusstet. Das war ziemlich nervig. Äh, wie soll ich dir denn helfen, bitteschön? Äh. Mach ich mit dir jetzt das Feuer aus, oder was? Ja. Gern geschehen. Ah, ja, stimmt. Man kann sich ja herablassen, richtig. Ich vergaß. Und hopp. Und hopp. Äh. Machen wir mal, ne? Helios, da ist er doch. Okay, die haben richtig Bock darauf, ihn zu beschützen. Alles klar. Bewegen die sich auf mich zu.